Spz fährt sich aber auch ein ganz schön stiefes zusammen. Es riecht ein Hecht da. Wer ging da halt? Wir sind... Absetzen, los. Infanterie zumindest Fahrer. Schütze, bleib und übernimm die Rücksicherung. Los, 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 los. Bleib schlaut, wird Klappel V. Wer schaß mit, wir machen linke Seite. Ei. Rücksicht um jetzt momentan nicht, weil die Luken offen sind. Da ist was los. Oh Gott, ey. Hoffentlich werfen die keine Granaten ein. Sieht aber geil aus mit den Tarnäppen. Ihr bleibt hinten dran. Ähm. Macht mal ruhig ein bisschen Respektabstand. 100 Meter. Irgendwas zwischen 50 und 100 Meter. Aber sich behalten. Immer schön diese Rücksicherung bitte übernehmen. Wäre ganz gut, wenn der Marder sich auch abtarnt wegen Immersion und so, weißt du? Ich meine, das sieht schon geil aus mit dem Netz. Schmeiß mal das Tarnetz rüber. Oh nein. Wurde es erwischt. Krasser Waffe dienen. Co-Anweisung. Auf der rechten Straßenseite folgen, geht Marder auf. Gleicher Höhe. Vielleicht ein bisschen weiter vor noch. Das ist aber ich habe die Frage. Wir erwarten Feinkontakt gegebenenfalls. Ja. Aber Feuerstatus gelb wie immer. Ja. Ja. Entweder soll man das Tarnetz rüberschmeißen. Das sieht voll geil aus. Ja, warte. Ja. Ja. Ich rufe. Ja. Ja. Ich rufe. Ja. Mhm. Da ist gerade irgendwas geplatzt. Ja. 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 sehr gut zu sehen hier vorne Halt Jungs, wir sammeln uns Rauch, ungefähr 500 voraus Ok Wer ist nochmal im anderen Feierteam drin? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben Joghurt und Chiro Joghurt, Chiro Copy Erkundet mal nach Norden, was da explodiert ist Ok? Teschas und ich werden mal nach vorne weiter sichern Ja Norden nicht getaubst Korrigiere Nordost in der Richtung, dass ihr da ein bisschen Augen nach vorne habt Äh Wow Makar Ich glaube, du meinst Südost Nein, ich meine die Richtung Ok Ja, aber Rauch kommt von da Rauch kommt von da Rauch kommt von da? Ich habe Rauch gesehen da vorne Ja, also Platz das da Südost Südosten Habe ich mich verhört? Ups Ja, dann geht mal alte Positionen wieder runter Ups 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 Ich darf über äh Und Ah Ich kann nicht suchen von der Kamera leider Ihr auf Ups Hmm Hintergrund Was können wir denn herausfinden? Es geht jetzt weiter vorwärts, wir haben einen Kontakt vor uns. Unklar, ob Freund oder Feind. Wo habt ihr da einen Kontakt, Alter? Naja, wir bleiben anscheinend doch noch ein bisschen stehen. Sichert schön. Also, im Vor allem der Vorwärtsstück in einem Kring-A-N-S-B-F-T. Die Drei nur die Schleien. Also, ich sehe den Korps, der sich die Nachkriegel und der sich von der Verwärtsstück-A-N-S-B-F-T. Und, wir brauchen die Verwärtsstück-A-N-A-N-S-B-F-T. Naja, auf der St. Knotstück-A-N-S-B-F. Naja, auf der St. Knotstück-A-N-A-N-S-B-F-T. Naja, auf der St. Knotstück-A-N-G-F-T. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Hi. Warum macht er das denn nicht mal? Warum macht er denn kein Tarnets drauf? Das sieht doch doof aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Psst, 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 Nico. Du bist Gruppenführer, benutzt dein Fernglas. Mit der Waffe nutzt du uns nicht so viel. Also natürlich nutzt du es mit der Waffe auch was. Das ist aber erst, wenn du verstehst, was ich wollte. Man muss ja sehen, dass ich bei dir gelern kann. Hier sind überall Schilder. Wird nicht getreten, ihr Spacken. Wenn wir gleich unter Kontakt geraten. Bitte wiederholen. Wenn wir unter Feuer geraten und der Marder drauf wirft, links ausweichen. Amada vorbei. Auch links ausweichen. Wir haben rechts die ersten Gebäude. Mal. Oh, der macht Wiederbedingungen, ALB. Der braucht schnell Hilfe. Natascha? Ja. Komm du mal mit. Ja. Joghurt, ihr behaltet Stellung, weil wir gehen jetzt nach vorne links zu ein paar UN-Soldaten, wir sollen die mal ausfragen, okay? Geht euch weiter mit dem Marder fort, Joghurt, ne? Bundeswehr, wunderbar. Nicht so weit davor, nicht so weit davor. Ich habe nur eine Rakete und es hat geknallt, ich konnte nur meinen Kommandanten hier herbringen. Er wird es machen, er wird es machen, ich habe gute Arbeit. Kontakt, Schützen, MG, 1, 7 und 0. Auf Dach, 2 Stellung. Und weitere Stellung, vermutlich Werfer auch auf 1, 7 und 0. Ich habe keine Ahnung, wir sind Patrouille gefahren und wurden dann irgendwie angesprengt, mit einer Rakete wahrscheinlich. Ich konnte die Kommandanten noch wegziehen, weil wir standen draußen hinter dem Fahrzeug und der Rest, ich habe keine Ahnung, ich habe kein weiterer mehr gesehen. Giro, Joghurt, weiter nach vorne verlegen, auf ungefähr unserer Höhe, ein bisschen zurückbleiben und schön sichern. Panzer soll stehen bleiben. Niko, ist der Marder mit auf unserem Funkkreis? Am Sicht, auf Kontakt. Hört mit. Von uns aus nur 160. Ja, das ist bestätigt. Ja, das ist bestätigt. Okay. Wir haben gemacht, äh, 2 HMGs und dahinter versetzt könnte ein Werfer sein, aber ich kann halt nicht gucken, ich habe kein Fernglas. Hä? Hä? Oh mein Gott, was ist mit dem jetzt passiert? Herr UN-Soldat! Herr UN-Soldat! Herr UN-Soldat! Leider zwingend, bitte, hören Sie mit Ihrem epileptischen auf! Hä? Versuch mal! Ja, behaltet schon die Augen drauf, aber behaltet, behaltet, behaltet euch passiv. Äh, hab hier vorne mindestens, äh, 5 Ausfälle UN. Ja, was ist das? Hallo? Ja. Hm, der Marder meldet sich bei euch im Funkkreis ein. Ja, alles klar. Habt ihr die Stellung, äh, in Sicht, Marder? Äh, der Marder befindet sich jetzt im Funkkreis Channel 2, auf der Kurzfrequenz. Ja, wir decken euch, begebt euch an das Haus ran. Wir haben im Hof definitiv Infanteriekontakte. Äh, wir können euch von hier aus Feuerdeckung geben. Okay. Äh, Chiro Joghurt? Wir können euch von hier oben Deckung geben. Äh, wir haben definitiv zwei HMGs, äh, auf Dach, auf 1,7,0. Und ein, äh, Nico, guck mal hinten, hinten rechts, ich könnte das, das ist ein Werfer, glaube ich. Linken, rechts, ach, da, warte mal. Das ist, ne, ein anderes MG, könnte aber ein GMG sein. Ne, ist genau so ein MG, drei Stück. Gut, also auf unserer Seite können wir das knicken, wir müssen auf die andere Seite. Ja, ja, das Ziel war es ja von vornherein da rein zu gehen. Ja, dann springen wir mal, wa? Warte mal, jetzt erst markiere ich die auf der Karte. Die sind irgendwo, hier, ne? Na, lass den mal doch kurz vorziehen. Wenn der sie aufklickt, kann der sie auch direkt, direkt rausnehmen. Aha. Alles klar. Ah, Alpha, ist der Bravo kommen? Äh, hört. Wir haben drei MG's am, am Schornstein, in der Mitte des Compounds, hinter der Fabrikhalle. Ja, da haben wir in Sicht. Alles klar, dann werden wir uns jetzt ans Gebäude begeben. Shiro, Joghurt, ihr geht los, könnt... An, an Linien auf Karte markiert, ne? Na, dann springen wir, wa? Ja, wir geben erst mal Dickenlo, und sind noch andere. Äh, wir sehen nur zwei MG's auf dem Schornstein. Moment. Und wir haben auch Sicht auf die Infanterierter der Mauer. Wir fangen jetzt mit dem Mauer mit der Bekämpfung an. Scheiße, dann lass uns auch mal springen. Ja. Ja, die wollen ballern, wir müssen los. Ja. Ist nicht mein, mein Favorit, aber so ist es halt. So, an die Mauer, an die Mauer. Ja, die sind schon unter Feuer, geil. Okay. Alle angekommen? Jupp. Ja. Ich und unten durch. Achtung! Oh, ich bin getroffen. GB! Scheiße! Das war's. Der Beschluss vom GMG. Der war auch, zieh dich zurück. Der war auch, zieh dich zurück. All meine Jungs sind unten. das war jetzt hier aber irgendwie kein arzt nämlich wieder geholt hat das war nur ein böser traum den ich hatte wir machen weiter wie vor wir gehen vom gebäude abc das war das eigentlich ja so verstanden wir rücken mit dem maler auf der hauptstraße weiter vor und schauen ob wir von dort feuer unterstützung geben können so wie klar genau wir machen zwei teams wie eben abgesprochen shiro joghurt eritreien tessas und ich sicher können uns gegebenenfalls abwechseln es waren tatsächlich unsere reihenfolge abc bis ich an den hoch ich stehe bei allem hinter dir wir rücken hinten ran ich bin zu heiß ich bin zu heiß deco für shiro kommt ich gehe von hinten ran audio von hinten gehen wir nicht rein geht ja nicht rein wo ist denn auf einmal wo ist denn shiro hin der sitzt hier vorne links wir haben gerade kontrakten 290 wo wir haben kontrakten 290 nicht noch das ist keine gute position wir haben keine decken wir müssen jetzt weiter wir müssen jetzt weiter ja shiro weiter wir schauen gerade ein haben wir auf links ist auch was passt auf ach du hier direkt links neben der echte stadt einer alter wo ho von wo von wo Leute wir stehen hier recht scheiße jetzt jetzt entscheidung treffen wir müssen jetzt was tun wir lassen es hinter das haus rechts hinter das haus da war gerade noch auf ein los laufen hessas lauf bin getroffen bin getroffen bin getroffen weiß nicht von wo ich sehe nichts könnt ihr mit dem mater ein bisschen weiter vorwärts jo der schaffst du bist vom hng geschossen ich bin komplett offen wenn du bei mir bist du will ich nicht wenn ich es noch schaff 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 komm hin komm hin komm hin ja jo gut ach du scheiße ja bin kurz sorry sorry weitermachen äh nico grüner rauch eigene schaffstelle negativ wir haben nur weißen rauchbus geworfen wir sind an der südöstlichen äh südwestlichen kante gebäude d ich bin unter beschuss von am g ok das heißt richte scheiße wir müssen weiter wir müssen ja so verstanden äh auf dem bügel link was von der straße hä haben wir hier irgendwie was ja noch 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 sehe ich hier irgendwie was schwarz gelb braun ist irgendwie mach mal weiter scheren ok ich nehm mein linkes bein bin dabei bin schon dabei ist das los ja da können wir beide dran verarzt da habe ich haben wir genug beide zu tun leg dir eine schiene an damit du wieder laufen kannst ja ich glaube das wird aber eine ganz enge nummer hier wir kommen hier nicht ins gebäude rein ich mach den kopf ja ich mach deinen linken arm oh das wird scheiße ich sehe schon alles schwarz weiß weil ich jetzt mach Teufel Ich brauche auf alle Fälle in Sannie weiter im Programm ich glaube der Sannie ist down ähm Niko, markiert mal mit eurer Position. Was habt ihr denn da nicht gedeckt in die Richtung? Parkiert mit weißem Rauch. Feschas, bist du dicht? Ja, aber schwarz-weiß und alles so, ne? Ja, wirst du gleich schon gut kriegen. Ich marschiere eben schnell zu. Decke ich anscheinend hier in die Richtung. Wir haben das Fahrzeug auf einer anderen Richtung. Niko, wie ist euer Status? Den Merikatz erwischt und einen sehr Verletzten haben wir. Ja, verstanden. Wir ziehen uns zurück. Ihr habt es gehört, wir sammeln die Verletzten aus. Feschas, nimmst du ihn? Ich kann nicht, ich habe sie schon alles schwarz-weiß. Alles klar. War Feschas. Wie ist der Durchgang nach Nordosten frei? Äh, wir sind nicht im Nordosten. Doch, sorry, wir sind im Nordosten von euch. Ja, ihr könnt zu uns kommen. Okay, ich bin raus. Gehen wir durch den blauen Haupteingang oder hintenrum wieder raus? Äh, kommt hintenrum raus. Wir sind etwas weiter hinten. Okay, Jooga, komm. Ist doch keiner. Okay. Ja, von da unten kann uns doch der andere treffen. Das ist doch das Problem. Komm, wir stellen mal. Hättet ein Bett oder das? Klass, kommst du? Ja. Hast du ein Fernglas? Nein, ich habe nur Verbandsmaterial gesneakt. Auch gut. Und wir springen rechts rüber. Rechts rüber. Ja, hier ist er noch. Wir sind da sicher. Die Infanterie soll aufsitzen. Leidet die verletzten einen Sitz auf. Wir ziehen uns etwas weiter zurück. Check. Ich sitze auf dem Marder auf, ich komme nicht mehr ganz zurück. Wenn der WhatsApp bekriegt, dass ich Medic bin, nicht vergessen. Ach so, verstanden. Ja. Ich sitze auf dem Marder hinten drin. Ich sitze auf dem Marder hinten drin. Emperor, kannst du mir mal Blut geben? Sind die alle? Ja. Kommt mal alle mit in den Fahrerfunk reisen. Hinterkommens Fahrer. Hinterkommens Fahrer. Na komm. Fuchs weiter zurück setzen. Fuchs weiter zurücksetzen. Fuchs weiter zurücksetzen. So, stopp. Rauch auf 50 Grad vom Fuchshaus. Hallo? Blut? Ja. Da sitzt dran. Alles gut, warte. Mir geht es nämlich gar nicht gut. Geht's mir nü? Uiuiuiuiui. Mhm. Mann Mann Mann. Äh, wieso kann ich dir kein Blut geben? Kann dir gar nichts geben. Warum nicht? Gute Frage. Ja. Steig mal raus. Geht das? Ich steig raus. Geht auch. Kann ich dir jetzt Blut geben? Hä? Hab ich nichts dabei? Ach du Scheiße. Ach, ich hab mich als Fahrer geslottet, nicht als Sunny. Warte. Schauen wir kurz den Zeus ran. Geh wieder rein. Ja. Ja. Ja, so ver... Ja, einfach verstanden. Das heißt, er bewegt sich auf unserer Hauptstraße, auf der Hauptstraße auf uns zu, so richtig? Äh... Für euch zur Information, wir bekommen wahrscheinlich Besuch von einem KPZ. Er hat probiert von Eagle aufgeschaltet zu werden. Ob das klappt, ist nicht ganz klar. Pfeffers, was ist hier los? Ja. Ja, äh... Emperor hat sich als Fahrer geslottet auf Sunny. Jetzt kann er mir kein Blut geben. Er kommt wieder, oder? Er kommt wieder, oder? Hältst du durch, oder soll ich dich mal eben... Ne, das ist nicht mehr mit... Mit Durchhalten ist er halt nicht mehr. Okay, alles klar, warte. Mach ich eben. Moment. Ja, ich hab... Ich hab mal die Milan geladen. Oh, nie wieder Livonia. Nie wieder. Hey, es ist... Ja, meine Frams gehen, aber... Ja, aber bei mir kackt's ein und mich zieht das jedes Mal aus dem Schnell raus, wo Akrono landen muss. So, bist du fit? Ja, ich bin fit. Okay, alles klar. Ich steig hinten ein! What the hell? Kriegen die das auch mal hin? Ja, ich bin wieder weg. Ja, ich bin wieder weg. Ja, Schatz, kannst eigentlich auch nach hinten kommen und dir von Chiro Blut geben lassen, ne? Äh... Chiro kann kein Blut mehr geben. Chiro ist müde, Chiro schläft. Chiro ist doch noch abschlafen. Warum bist du denn denn am gucken? Ich dachte, du wolltest dich... Wolltest du denn wieder fit machen? Ja, ist jetzt... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Wolltest du warten, bis der aufmacht. Äh... Ich kann dir so viel machen. Ich bin nicht... Ich bin nicht als wenig geslottet. Was wüsstest du, was ich denn mache? Ja, alles! Äh... Braucht ihr noch unseren Dany? Check! Gerade wurde noch Dany gefragt. Ja, Schiro sieht aber soweit gut aus. Also, eigentlich... Ja, ich muss aufwachen. Dem fehlt ein Drogen. Du hast ihm keinen Morphin gegeben. Und... Den, den du gerade rausgeschmissen hast. Wer ist denn das? Chiro. Der ist richtig rausgeschmissen. Auf geht's! Also, ich hab... Ich hab... Ich weiß nicht... 10 Grad vielleicht... Zielraum. Nach links und rechts. Aber meine Optik hängt mit dem Punkt... Wann gehen... Push. Boah, sag mal! Was denn? Ich fang aus. Das ist doch behindert. Beschränkt bei Ace ein. Was schießt du? Da oben soll noch irgendwo ein einzelner Typ sein. Ich dachte, ich hätt den erschossen. Was ist mit dir los? Wow! Schießt aber ganz schön knapp an mir vorbei. Das ist korrekt. Also, Schiff kommt wieder zu dir, Jake. Wir brauchen noch was. Ich trau dir. Ich trau dir. Ich trau dir. Das sieht auch gut aus. Ja. Ich bin super. Wer braucht dann noch irgendwas? Eigentlich... Niemand, ne? Niemand. Niemand. Ich soll nicht zurückkommen, deswegen. Ich hab nur das GmG erwischt. Du kannst Chiros zu nehmen. Achso. Äh... Niko? Ja? Komm mal kurz raus. Mach ich. Mach Chiros wach, oder? Mach Chiro nochmal zu uns nehmen? Ne, mach Chiro. Du hast... Weil er kann sich nicht selbst zunehmen. Du hast das mitgekriegt, dass eventuell ein KPZ auf dem Weg zu uns ist? Ein KPZ? Ne, hab ich nicht mitbekommen. Unser KPZ? Hört sich bei mir. Ne, ihr Ladies? Ja, hallo. Hoffentlich ist es unser KPZ. Kann ich mich selber zunehmen? Also wir haben nur... Hab ich jetzt kein Kit mit, oder was? Dann würde ich mit einem Schuss raufgehen. Ja, hast du verstanden? Also ich hab mal OP-Kit mit. Ich auch. Warum kann ich den nicht zunehmen? Zzzz. Ja, einfach verstanden. Doppel V. Ja. Äh... Ich hab die Mila genommen. Ich hab's ja mal ne Morphin gegeben. Und noch ne zweite. Der soll sich gerade hier auf der Straße irgendwo vorhalten. Ne, kann ich. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Machen wir hier. Wir können ja einen Hinterhalt legen. Genau. Was wir die dann abgreifen können. Wie gesagt. Mit einem Kai Gustav schaffen wir's nicht. Glaub ich. In einem Schuss. Das ist ein bisschen hakelig. Was hat jeder Verein? Eine Milan. Milan. Das ist sowas wie eine Metis, ne? Ja. Nur halt die Deutsche. Die sollte es mit einem KPZ aufnehmen. Ähm. Genau. Dann machen wir. Das Problem ist, wir haben... Ihr umhältet sich im Funkkreis an. Wir haben in der Stadt einen Soldaten gehabt. Der nicht ausgerüstet war. Der hatte nur eine Waffe in der Hand. Er sah mehr Zivilisten als Soldaten. Der hat uns zugewingt. Und der Stadt heißt... Hier unten jetzt. Dort. Genau. Nein. Da unten. Äh. Wir müssen... Ich würde gerne mit dem Kontakt aufnehmen. Das müsstest du übernehmen. Ja. Aber nochmal kurz wissen. Bis gleich. Äh. Plan ist, wir fahren bis kurz nach diesem blauen Tor. Ja. Ihr steigt ab. Und wir schauen, ob der noch dort ist. Dort war er vor. Jetzt hab ich's rausgefunden. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir ein bisschen... in den Spiegel rein holen. Und unsere Flanke dann ein bisschen... Ja. Und der ist... Das ist dann quasi unser Fuchs. Bisschen hinten da. Mitten in das Fuchs. Genau. Was da noch ist. Alles klar. Wollen wir umsitzen? Wir können ja umsitzen auf dem Marder. Ja. Dann können wir Kampf absitzen. Hat's euch genommen. Der fährt ja auf uns zu. Hast du gesagt, ne? So ist der Plan. Der kann aber halt auch durch den Wald. Kommen wir uns, glaube ich, mal nicht. Der ist eigentlich zu dicht für den KPZ. Ja. Haben wir von den Arden auch gesagt. Wer hat einen Ersatzraketen? Das war's gerade. Ich hoffe nicht. So aus der Richtung soll der kommen. Irgendjemand hat mal einen Ersatzraketenwerfer aus dem Fahrzeug genommen. Den hab ich. Mal gehen zurück. Das ist meiner. Ja, du hast ja schon einen. Ja, das ist mein Ersatzraketen. Das ist mein zweiter Schuss. Du wirst nur einen Schuss überleben. Dass wir uns da ein bisschen etwas verstecken. Ich schieß nicht gerade. Ich bin in die Stadt rein. Ich will wissen, was da drinnen Sache ist. Wir haben auch einen Auftrag zu erfüllen. Wir müssen Kriegsverbrechen nachweisen. Okay. Dann machen wir das quasi on the fly. Genau. Das wird so ganz lockerflockig nebenbei. Mit der Milan. Soll ich mir dann meinen Artikel zu geben für die Zeit? Ne, den behältst du drinnen. Ich hab die Milan drauf. Alles klar. Ja. Äh. Falls wir das nicht schaffen, müsst ihr das dann machen. Techas? Ja. Du hast ja mal Raketenwerfer. Wie viel wiegst du jetzt? Warte mal. 41,46. Ich hab nämlich auch noch Handgranaten gesnackt. Und Munition gesnackt. Kommt da mal bitte runter. Kurze Lagensprechung. Und lukendicht. Oh. Lukendicht. Ja. Kommt da sofort. Wie geht denn das? Wir ziehen zusammen weiter mit dem Hedge Seed. Du musst Turn in. Turn in. Alles klar. Beobacht. So. Alles bedankt. Äh. Und wir machen es reproduziert. Oh. Hier liegt schon wieder einer. Verstanden. Techas. Ich glaub der hat Zins auf sich. Okay. Aufsetzt. Schirrösser. Sollten wir nicht aussteigen? Ja. Weil ich auch kann so. Ey wieso. Der hat einen Raketenwerfer geklaut. Der soll ihn zurücklegen. Pechas. Ja. Da kommt ein Kampfpanzer. Das war doch froh wenn wir ein paar mehr Raketenwerfer haben. Ich muss kurz mal schnell sagen was Sache ist. Wir fahren jetzt nach vorne. Wir machen nicht eine Sache sondern wir machen zwei Sachen gleichzeitig. Ja. Verstand ich mal jetzt. Jetzt waren die schon los. Ja okay. Hinterherfahrer hier ne. Wir sichern gleich nochmal den Compound dass irgendwo ein Zivilist in Militärklamotten ohne Waffen. Dem möchten wir sprechen bitte. Und ganz nebenbei werden wir noch ein KPZ ausschalten. Ja gut. Du nimmst den zweiten Schuss hinter denen. Ja das wird schon sein. Welches hat der zweite Schuss? Wir gehen gleich durch den Hauptland gar nicht rein. Weil das immer cool ist. Nico. Habt ihr mitgekriegt woher die Explosionen kommen? Nein. Wir werden es gleich sehen. Sind wir bereit zum Absetzen? Jetzt sind wir. Absetzen. Absetzen. Bescheid. Wir müssen durch das Haupttor rein gehen. Jetzt ist immer das gleiche. Ja kannst du mir sagen was ist? Wir kriegen geschossen von hinten. Ich glaube das ist von hinten oder? Guck mal hier wer da ist. Hallo? Ist es euer fucking A? Warum habt ihr den Scheiß jetzt geschlossen? Ja, komm. Lass uns mal losgehen. Warte, aber das ist jetzt der Gegner, der auf uns geschossen hat, oder? Niko, wir bewegen uns weiter nach vorne, wir weichen nach vorne aus. Cash, das macht schnell. Ich komm ja schon. So, ihr beide schlägt bitte zum nächsten Gebäude. Wir sichern euch. Fuchs zieht nach. Hinterher. Wie gesagt, hier soll irgendwo ein Zivilist mit Militärklamotte sein, ohne Waffen. Nicht erschießen, bitte. Ohne Waffe, mit Militärkleidung. Der Fuchs ist für die Nachsicherung des Mathers zuständig. Achtung. Lade. Rechts. Da steht jemand drinnen. Hingelaufen. Holy shit. Teschas und Joghurt sind down. Ja, wo seid ihr denn hingelaufen? Sag erst Joghurt zurück unter Teschas. Seht jeder. So, geht bei euch. Cse. Drei.